Doch heute ist der Moment gekommen, wo ich euch mein neues Motorrad vorstellen möchte. Hey, mein Name ist Tom und das ist Tom hier. Ja Leute, heute ist es soweit, wir holen mein neues Motorrad ab. Okay Leute, jetzt sind wir im Freien, jetzt ist die Zündung eingeschaltet und jetzt darf ich das Motorrad erst einmal anlassen. Ich hoffe, dass es gut gemacht hat, dass es dann springt. Ich hoffe, dass es gut gemacht hat, dass es dann springt.